Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Story-Video. Wir wollen uns den neuen Comic mal ansehen, den ich auch für euch, wenn ihr selber lesen wollt, ja in der Videobeschreibung verlinkt habe, denn kurz vor 8.2 und natürlich zum neuen Mega-Dungeon beziehungsweise auch der neuen Zone Mechagon hat Blizzard einen weiteren schönen Mini-Comic veröffentlicht, wie wir das auch schon von diversen anderen Patches und den, naja, dazugehörigen Elementen eben kennen. So ein Comic ist jetzt auch nicht dafür gemacht, unbedingt im perfekten Video-Format aufgenommen zu werden. Heißt, wenn irgendwas ein bisschen verzerrt ist, ja, dann da nicht wundern, das liegt einfach daran, dass ich zu blöd bin dafür. Ja, Mechagon, also wir sehen schon oben unseren Protagonisten, den wird der ein oder andere Ali-Spieler vielleicht kennen, denn wir haben im Tiragadesund, wo ja dann auch der Eingang logischerweise ist, so mehr oder weniger, ja, zumindest finden wir da einige Infos, an diesem Schrottplatz auf dieser Müllhalde, ja, und auch da steht dieser Gnom ingame bereits rum und hat die ein oder andere Quest und seinen eisernen Entdeckungswillen, ja, den kann er sich auch bewahren in-game quasi, wenn man dort unterwegs ist. Ich glaube, wir Hordler kennen das eben nur von, ja, von den entsprechenden Weltquests, ne, wenn wir da mal so eine Roboter-Katze oder so umnatzen müssen. Der Comic fängt ganz schön an, und zwar mit dem Tagebucheintrag von ihm, ja, Tag 37, und wir werden, ich werde jetzt nicht alles genau vorlesen, ja, ich habe das gute Ding auch schon ein, zweimal durchgescrollt, wir werden das zusammenfassen und eben ein bisschen drüber reden, ja, und auch in diesem Tagebucheintrag geht es so ein bisschen darum, ganz schön mit rein stilistischen Mitteln hier dargestellt, ja, immer so seine Gedanken, Mensch, ich habe nur noch drei Tage, ich werde sterben, ich muss weg und dann alles durchgestrichen, ja, die Zweifel, nein, ich muss das tun, es ist Wahnsinn, aber ich weiß, es ist da, die anderen haben recht, wieder durchgestrichen, nein, sie haben nicht recht, ja, und so, ich werde das finden, ich werde es entdecken. Mechagon also so eine, naja, so ein gnomisches Utopia quasi, ja, also eine Fantasie von einer Welt, in der alles perfekt und ewig und mechanisch und so weiter ist, das ewige Leben, ja, eins und eins mit der Maschine sein oder zählen oder mit Marcel Davies tanzen, keine Ahnung, wie auch immer man das mit diesem eins und eins, oder ich und ich, ja, weiß ich nicht, singt Adel Tawil da den ganzen Tag, aber hat das dann auch was mit Utopia zu tun? Das müssen wir uns fragen an der Stelle, Freunde. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass sein Kompass Taschenuhrgelöte, ich glaube ja Taschenuhr, weil er hier auch von Zeit spricht, erinnert mich sehr stark an unser Herz von Azeroth vom Layout her, ja, ist höchstwahrscheinlich nur eine Anspielung, aber fiel mir direkt ins Auge, ich dachte erst, hey, soll das ein Spielercharakter sein? Nein, aber es stellte sich später heraus, dass das eben der gute Gnom ist, den wir auch schon kennen, der mit einer klassischen gnomischen Flugmaschine eben, naja, ins Nichts aufbricht, wenn man so will, ja, denn wir haben diese Insel ja noch nicht entdeckt, von daher, ja, so finden wir die dann, ne, indem irgendwelche NPCs todesmutig sich mal in den Nebel stürzen und dann, ach nee, war doch nur Pandaria, ja, blöd gelaufen. Wir sehen, es läuft auch nicht ganz so gut, klar, er ist gewittert, er fliegt durch den Sturm und, ja, er bringt seinen Sitz noch in eine aufrechte Position, dann kommt aber auch schon die Sauerstoffmaske raus, ne, und krack, krack, weg ist er, ab senkrecht nach unten, aber wie wir aus dem Tagebuch wussten, klar, er ist sich ziemlich sicher, hier muss irgendwo Mechagon sein, ja. Und so wird er auch gefunden, so ein bisschen so eine Reaktion, so eine Aufmachung hier wie bei Toy Story, ne, wo sie diese kleinen grünen Quietscheviecher da finden in diesem Automaten, dann, oh, ein Fremder von der Außenwelt, ja, und er wird direkt gefunden vom König von Mechagon, der da heißt König Mechagon, also Kreativität der Gnome, naja, im technischen Bereich vielleicht, ja, so jetzt rein auf Lingual-Berserker-Niveau, er geht so, ja. Er geht so, wenn ich mich nicht irre, haben wir hier eben den König und dahinter auch gleich seinen Sohn, ja, den Prinzen, mit dem wir dann natürlich auch zu tun haben werden, und, äh, ja, die sagen direkt, hey, was ist das für ein Typ, der sieht ja aus, ja, die Gnome hier natürlich so ein bisschen, wir sehen das auch mechanisch zum Teil, ja, und können das noch gar nicht so richtig fassen, aber das ist das hier aus Fleisch und Blut oder so eine Lebensform, der kann hier draußen eh nicht überleben und gutherzig, wie sie sind, ja, nehmen sie den auch direkt mit, der König nimmt den unter seine Fittiche und egal, wo sie langkommen, die ganzen anderen Gnome eben so am Tor stellen, ja, ja, ist das hier aus Fleisch und Blut, ja, was für ein Opfer, so, ja, genau, genau so, halt nicht mal ein 187-Tattoo irgendwie auf seinem Stahlarm, was ist mit dem, ja, so was wollen wir eigentlich nicht zu tun haben, und, äh, wir sehen hier jetzt schon eine wichtige Szene, nämlich, dass der Prinz, quasi Prinz Erasmin, mit dem wir dann eben, wie gesagt, zu tun haben, vom sogenannten Rostbolzen-Widerstand, das wird die Fraktion sein, und man merkt vielleicht jetzt schon beim Namen dieser Fraktion, wo die Geschichte auch hingeht und was wir hier geschichtlich machen werden, und, äh, ja, es zweifelt schon so ein bisschen an den Absichten seines Vaters, ja, und an der Gutmütigkeit und an diesem, naja, Überlebensprozess für alle, die hier Mechagon irgendwie entdecken oder Mechagon, ja, wenn man so sagen will. Unser Gnome wacht langsam auf, ja, ist hier so ein bisschen behelfsmäßig zusammengeflickt worden, schön in so einer Triangel hier den gebrochenen Arm, und, ähm, ja, er realisiert langsam, schöner Gesichtsausdruck, dass er eben angekommen ist, sieht er ja auch, also wenn wir hier auch die Gnome angucken, der König natürlich vollkommen maschinisiert, ja, hat hier das Tagebuch, die Karten und so weiter gelesen, weiß jetzt auch mehr, was von der Außenwelt, ja, was in der Außenwelt passiert ist, und, äh, ja, teilweise, wir sehen, einige haben hier ein Schnurrbart noch nicht mechanisiert, aber hier der Hinterkopf, Teile des Hörns, die Augen, Arme und so weiter, also wenn man drauf achtet im ganzen Comic, fällt das eben mal mehr, mal weniger auf, ja, wie weit dieser, naja, wo man jetzt steht auf welcher Seite, der Fort- oder eben Rückschritt, ja, sich bemerkbar macht, denn wir wissen, die Gnome waren damals ja auch Titankonstrukte, ja, wir hatten ja diese Titangeschmiedeten und so weiter und so fort, dann hatten wir eben die Mechagnome, wir hatten dann diese Irdenen, ne, von denen die Zwerge abstammen, haben wir heute noch einige, gerade in Sturmgipfeln, Nordend-Ulduar und so ein Kram, ja, wo die nach wie vor rumrennen, und auch die Vrykul, ja, die dann irgendwann ein bisschen zum uns bekannten Menschen im wahrsten Sinne degeneriert sind, denn in dieser Maschine der Schöpfer, die diese Konstrukte hergestellt hat, da hat sich der sogenannte Fluch des Fleisches eingeschlichen im Lauf unserer Geschichte und der kommt natürlich von unseren guten Freunden, den alten Göttern, ja, und der war dazu da, diese Konstrukte zu schwächen, denn dieses ganze titanische Gelöt war natürlich auch zu einem gewissen Maß immun oder eben gut gesichert gegen die Einflüsterung der Leere, gegen die Bedrohungen, ja, die waren eben aus Stein, die waren aus Metall, wenn man so will, ja, aus dem guten Boden Azeroth eben geformt und er hat natürlich auch eine Klinge oder ein Lerntentakel schlechte Chancen und darum haben die sich diesen Fluch ersonnen, ja, Grüße an Joxaron an dieser Stelle, der ja auch in der Nähe dieses ganzen Komplexes eingesperrt ist, beziehungsweise war und, ja, haben eben gesagt, ja, ist ja Fluch des Fleisches, sie haben weiterproduziert und nach und nach so ein bisschen wie diese grüne Hautfärbung bei den Orks durch die dämonischen Energien ist das eben um sich gegangen, ja, und langsam wurden sie fleischlich, logischerweise damit erstmal schwächer, ja, wie gesagt, diese Vrykul, diese stählernden Vrykul, ja, die wir auch aus den Hallen der Blitze zum Beispiel kennen, die sind bis zum Menschen degeneriert, kleiner geworden, schmächtiger und so weiter und so fort eben, ne, nicht mehr aus Stein und, ja, da haben wir hier jetzt also eine Partei und das werden wir auch im Folgenden feststellen, die sagt, das ist eigentlich keine gute Entwicklung, wir wollen das nicht, ja, wir wollen zurück zu unserer großen Größe, unsere Vorfahren, früher war alles besser, so nach dem Motto, ja, also Mechagon, der König ja eigentlich ein Classic-Spieler, das ist, wir wollen zurück, wir wollen das nicht mehr, der will sogar noch Pre-Classic, der ist noch krasser, ja, der denkt sich, wie hier EU-Server, ne, das boykottieren wir, wir machen einfach ein eigenes Alan Pre-Classic und alle reden Deutsch, ja, so, das ist so ein bisschen der König, wie der drauf ist, rein sinnbildlich gesprochen, ja, und er sagt ja auch, Mensch, ruhe dich aus, ja, wir machen da eine Führung, wir gucken uns an, wie wir dich reparieren können und er sagt es ja auch so, ne, wir warten, bis ihr gänzlich repariert seid, ja, und er spricht dann natürlich auch von einem Geisteszustand und auch von dem körperlichen Zustand, aber nicht der Gebrechlichkeit an sich von unserem Gnom, sondern natürlich, der ist in seinen Augen kaputt, ja, der ist in seinen Augen einfach falsch, wenn man so will und das möchte er natürlich gern in dieser Hinsicht auch korrigieren. So, und er sagt eben hier, ich bin zwar jetzt verletzt, aber was soll ich, bin ich hier, um zu schlafen, ja, er möchte diese Wunder dieser neuen Welt natürlich auch gerne mit eigenen Augen sehen und wir sehen hier jetzt auch nochmal eine schöne Szene, er spricht davon, dass er eben Entdecker ist, ja, von Ruin, Nachtelfen, Trolle, Titanen, alles schon gesehen, aber das hier ist eben auch für ihn eine ganz neue Schiene und wir sehen eben hier bei den Gnoben, ja, hier, der hat zum Beispiel noch fleischliche Arme, dafür hat er mechanische Beine, ja, da hinten sehen wir einen, der sieht schon komplett aus wie ein Roboter, ne, vielleicht hat der sogar, weiß nicht, hat der überhaupt noch zwei Füße oder rollt der so, weiß ich nicht, da hinten auch, ja, wo wir so lang gehen sehen, der eine hat anscheinend nicht mal mehr Arme, der schwebt oder, keine Ahnung, ja, also ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich hier umzumorfen, aber, Freunde, ja, trotzdem eine Ampel. So, einige Freuden des fleischlichen Lebens sind doch erhalten geblieben, ja, die Ampeln, so, weil wenn du überfahren wirst, bist du auch immer noch ein Schraubenhaufen und quasi tot, ja, das muss also sein, Ordnung ist da und das wird eben unser Mega-Dungeon dann auch sein, wo wir uns durch diese Stadt dann natürlich kämpfen und die Absicht des Königs ist es hier jetzt eben nicht, ihn irgendwie rumzuführen und tolle Sachen zu zeigen, sondern wir sehen hier schon, er ist natürlich verletzt, er ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ne, und er muss verschnaufen, er muss sich ausruhen und er will dem Volk das eben zeigen, ja, um die weiterhin von seiner Vision zu überzeugen, dass man eben diese Mechanisierung durchführen muss, ja, hier sein Begleiter mit dem Schnurrbart, natürlich Arme schön hinterm Rücken, ja, toll, so, ganz sympathischer Dude auf jeden Fall und das Volk eben auch, ne, der Arme und alle Außenseiter sind so sehr, sehr schlimmer als in den Gerüchten, Junge, Wahnsinn, ja, wie sich hier besprochen wird und deswegen fühlen die sich natürlich auch alle mehr im Recht, also sehr, sehr gutes Propagandamittel, was quasi der König jetzt nutzt für seine Bewegung, nur unser Prinz, ja, und seine paar Gefolgsfansel, die er dabei hat, die sind natürlich dagegen, die kennen die Schrecken, aber auch die sind eben nicht gefeilt vor diesen entsprechenden Umstrukturierungen ihres Körpers, ja, da sehen wir, der gute Mann hat sogar eine Antenne, ne, ist auch ein Gamer-Boy, hat direkt sein Headset sich implantieren lassen, sehr, sehr guter Mann, ja, und die versuchen jetzt natürlich dem Gnom das auch zu sagen, ja, die sehen in ihm natürlich eine Chance, für ihren Widerstand vielleicht den wieder rauszuschaffen, dass er die Leute warnen kann, uns holen kann oder wie auch immer und wir werden jetzt Zeuge von diesem Umstrukturierungsprozess, ich sag mal so, ähm, ich bin zum Glück in der Verfassung, dass ich beim Zahnarzt immer nur reingehe, einmal im Jahr Kontrolle, kurz mal irgendwie, wer heißt das, versiegeln oder so, ja, und dann bin ich auch schon wieder raus, da warte ich eigentlich länger, als ich drin bin. Ich glaube, für einige ist das hier gerade eine adäquate Darstellung des Zahnarztbesuches, ja, Freunde, ich leide zwar nicht mit euch, aber ich fühle das trotzdem, wenn ich dieses Bild sehe, von daher, äh, ne, da hätte ich vielleicht nicht so Bock drauf. Ich finde es auch schön, dass der Gnome in dem Stuhl wirklich richtig fett ist, oder? Guckt mal, wie geil wäre es, wenn wir wirklich richtig massiv fette, also auch für das Jahr 2019, dass man sagen kann, das ist ja ein verfluchtfetter Arsch, ja, so richtig barm, Alter, so richtiges Bürgergrab, wisst ihr, wie ich meine? Das wäre richtig nice und den wollen sie natürlich auch jetzt umstrukturieren, der freut sich schon, ne, der Kasten klackt einfach zu, die Messer und Sägeblätter tun ihre Arbeit, die beiden reden hier, ja, und das ist ja auch nicht so schlimm. Der hat jetzt einmal Schmerzen, aber wenn er das nicht machen würde, dann würde er irgendwann Schmerzen haben, bis zum Tod und so weiter, ja, das ganze Leben ist ja Schmerz, wenn du nicht so mechanisiert bist, also der König weiß ja auch schon entsprechend zu überzeugen, unser Gnom ist ja auch ganz ohr, unser noch lebendiger, fleischlicher, ja, und im Hintergrund hört man eben nur die Schreie und die Maschine und er hat dann seinen neuen Mechanoarm, hier ist ganz happy, ja, toller Typ, epileppi, aber happy, wenn ich die Brillengläser da so leuchten sehe, aber, ja, Sterblichkeit ist ein dunkles Schicksal, das dem Volk von Mechagon erspart bleibt, denkt er zumindest, ja, so Sterblichkeit, wenn du jetzt eine Atombombe draufschmeißt, dann sind die, wie gesagt, trotzdem nur noch ein Schraubenhaufen natürlich, aber interessante Ansätze und er weiß ja eben auch mit Argumenten zu spielen, die, glaube ich, auch in unserer Welt stellenweise durchaus funktionieren würden, vor allem, wenn hier auf der Hand noch so ein Apple-Logo wäre oder so, und dann würden die Leute dafür, weiß ich nicht, vor den Läden schlafen, um sich da irgendwie die Arme entfernen zu lassen, und das ist ja gar nicht so weit weg, und, also, ne, gedanklich, ich hoffe, die arbeiten noch nicht an so einer Maschine, aber, wie es so ist, ja, wie es so ist, und, ja, er führt den hier eben rum, und er zeigt, Mensch, das Volk ist da auch voll dabei, hier mit seinem Dreizack, so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Aquaman-Cosplay, ja, toller Typ, und sagt ihm eben, Mensch, und er guckt richtig begeistert, ja, das bin einfach ich, wenn Bonus-Rosho wieder nur Arzerit ist, und, dementsprechend sagt er dann, ja, hier, ihr seid jetzt müde, ne, er hat dem Volk gezeigt, hier, so ist quasi der Verfall, wenn ihr nicht hinter mir steht, zu 100%, das haben die jetzt alle gesehen, und, ja, dementsprechend soll er auf sein Zimmer gehen, und trifft da den Prinzen, ja, der sagt, ja, komm, Berater Schnurrbart, zieh mal ab, weiß ich nicht, mach dir ein bisschen Bartcreme drauf, oder Butter den Lachs, ja, und gönn dir Reilly, ob das auch Teile sind, die mechanisch ersetzt werden, weiß es nicht, ich glaube, wir sehen es auch nicht in dem Comic, zumindest hoffe ich das, ja, bei den Allis weiß man immer nicht genau, wie die draußen, die Kollegen, ja, und, er möchte mit ihm alleine sprechen, und sagt ihm jetzt quasi all das, was ich eben auch angesprochen habe, ja, er muss fliehen, er ist hier nicht irgendwie ein Holder Gast, und der Vater hat ihn auch nicht zum Bankett, und so weiter, zur Schau eingeladen, weil er so ein toller Typ ist, und weil sie jetzt Freundschaft knüpfen wollen, zu ihren Gnom-Vettern, ja, sondern, äh, der will ihn nur vorführen, und ihn dann auch mechanisieren, um ein tolles Exempel zu statuieren, quasi im positiven Sinne, ja, das will der Gnom aber nicht wirklich hören, der König war so nett, und so weiter und so fort, das finde ich ein bisschen schade, dass jetzt dieser tolle Entdecker, der so viel gesehen hat, und ich denke auch so viel gelernt hat, und wenn man sich auch mit der Geschichte in Wargfiff beschäftigt, ich meine, da muss man jetzt keine Ruine finden, man kann auch die Chroniken lesen, dann finde ich es ein bisschen schade, dass er jetzt, äh, quasi fälschlich reagiert eigentlich, ja, zurückkehren, was, wenn ich nicht mehr hierher zurückfinde, ich suche doch noch meinen, das hier ist wichtiger als ihr, als wir alle, packt eure Sachen, ich hole euch bald ab, denn wenn die die Technik weiterdenken, perfektionieren, und so weiter und so fort, kann man sich natürlich vorstellen, in einem gewissen Ausmaß, bin mir auch nicht sicher, wie das funktioniert, ob das wirklich hohe Gnom-Tüftelei ist, ob das wieder irgendein Titan-Relikt ist, was sie gefunden haben, aber wenn sie da so einen großen Laser herstellen, ja, und damit mal auf Sturmwind schießen oder so, das wäre natürlich denkbar schlecht, und dementsprechend hat er hier den guten Mann eben gewarnt, ja, aber, okay, das ist vielleicht so ein Punkt, den ich unterschätze, das ist halt auch sein Traum, darauf hat er jetzt jahrelang hingearbeitet, ne, und da ist jetzt vielleicht sein guter Wille, und seine Hoffnung, und sein Enthusiasmus größer, als das eigentlich logische Denkvermögen, was bei Gnom ja eigentlich ein bisschen, durchaus höher angesetzt sein sollte, ja, und er überlegt hier, er guckt auf seine Uhr, er weiß, die Zeit ist sein Feind, er hat jetzt alles gefunden, und er denkt eben sehr, sehr scharf nach, ja, und das ist das Gesicht eines Mannes, der eine Entscheidung getroffen hat, ja, oder eben, in Kürze treffen wird, und als es der Prinz und sein Kumpel ihn abholen wollen, ja, da ist er auch schon weg, da ist er leider schon weg, ja, und er geht tatsächlich zu König Mechagon, und sagt, sein Sohn ist ein Verräter, ja, und erzählt ihm alles, was die beiden ihm erzählt haben, ich wusste, dass der Junge etwas plant, aber das, Verräter, ihr habt das Richtige getan, nicht nur für Mechagon, sondern für die ganze Welt, und er ist eben gutgläubig in seiner Hoffnung, ne, und denkt, das ist hier alles ganz toll, und super, und alle haben Bock da drauf, kann ja nur geil werden, und er sagt jetzt hier eben auch, deswegen kann man es ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem schade, ich hatte irgendwie mehr von ihm erwartet, in dieser Richtung, ja, ich muss es euch sagen, ich habe zu viel geopfert, um herzukommen, ich gehe nicht mit leeren Händen, es gibt noch so viel zu entdecken, so viel mehr, dass er forschen will, das nächste Ding, ja, wenn er auch nichts mitbringt, und jetzt zurückgeht, dann bleibt er weiterhin der Spinner, kommt er in so eine Gnom-Gummizelle, ne, ich war da, ich habe mit König Mechagon gesprochen, und so, ja, komm, alles klar, ne, aber so wenig Zeit, die euch dafür bleibt, ja, und da hat er eben, und wir sehen das hier, selbst bei diesen mechanischen Augen, die verengen sich so ein bisschen, ne, fehlt nur noch das Händereiben, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, so nach dem Motto, und wir sehen seine Argumente, die er gesät hat, ne, die sind auf fruchtbaren Boden, gedanklich gestoßen, und dementsprechend, ja, testen sie jetzt auch, eine neue Maschine, ne, die ist zwar noch nicht am eigenen Volk, der Mechagnome auch getestet worden, hier, wenn wir sie jetzt mal so betiteln wollen, aber er ist natürlich ein tolles Objekt dafür, ne, übrigens nice für die Schuhe, und auch die Zehenverteilung, sieht sehr, sehr bequem aus, auf jeden Fall, bei dem guten Mann, und, äh, ja, er sagt eben, die haben das alle nicht so verdient wie ihr, ja, also ihr seid hier unsere Koryphäe, der Gnomentechnologie, und ihr werdet, ja, ihr werdet jetzt der Erste sein, die diese Transformation durchmacht, das wird gestartet, unser Gnom leitet Höllenqualen, ja, durch Blitz hier, Grüße von Thor, und von Thorim, aus Ullua geschickt, ja, und wir haben ihn jetzt quasi auch völlig, völlig defundiert, transformiert, oder transformiert, besser gesagt, im Sinne des Königs, im positivsten Sinne, tretet vor, Kerwo von Mechagon, naja, König erwartet euch, und wir sehen, er ist jetzt tatsächlich samt Schnurrbart, ja, samt Schnurrbart vollständig, mechanisiert, und die Techniker sagen eben, ja gut, das war jetzt der erste richtige Test, ja, der hat jetzt so lala geklappt, das war, das hat so lala funktioniert, ja, und er sagt dann, naja gut, ist mir eigentlich egal, dann macht ihr weiter, bis es richtig funktioniert, ja, er will zwar hier jetzt nicht unbedingt hörntote Soldaten haben, aber, ja, die sollen dann auch nicht weiter rebellieren können, oder so, es soll auch eine Methode sein, mit der man dann auch Rebellen, und jeder, der quasi nicht begeistert ist von der Idee, dass er danach trotzdem auch dabei ist, ja, Grüße an Sylvanas und die Seuche, und an die Schlacht von Unterstadt in dieser Richtung, wir kennen dieses Herrschaftsmodell irgendwoher, und wir sehen eben hier, ja, die Platte hat jetzt einen Sprung, ne, ein zwar schöner mechanischer Schnurrbart, wie gesagt, super, Horst Lichter hier am Start, ne, großartig, und auch das Auge so ein bisschen zeugt jetzt nicht von guter Hörnfunktionalität, so wie das aussieht, ja, und hier gefunden, gefunden, wie so ein Alarmbord, ne, in Gnome Regan, ob das auch welche waren, um Gottes willen, vorne ganz, ganz traurig, auf jeden Fall, ja, ist das das Schicksal von unserem Entdecker, der eben nicht auf den Prinzen hören wollte, ja, und jetzt eben ein solches Schicksal erleidet, und wir sehen natürlich bei solchen Maschinisierungen, gerade in solchen Bereich des Gehörens, oder solchen kompletten, sind natürlich auch, ne Menge negative Folgen dabei, ja, und Sachen, die dann beeinflusst werden, oder Beeinflussung finden, die man vorher eben nicht testen konnte, weswegen er jetzt hier eben herhalten musste, und schon haben wir ein Ende, ja, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende, und damit das so bleibt, brechen wir eben nach Mechagon auf, verbünden uns logischerweise mit dem Prinzen, ja, treten dem Rossbolzen Widerstand bei, und versuchen dann Mechagon, äh, zu reinigen, zurückzuerobern, äh, vielleicht auch einige zu besinnen, uns zu retten, ja, in unserem Sinne, und am Ende werden wir dann Mechagon den König, ja, in Mechagon, dem Mega Dungeon, werden wir König Mechagon, in der Zone Mechagon, werden wir, ne, den Guten besiegen, und, ja, hoffentlich dann das bestmöglichste Ergebnis erzielen, in dieser Richtung. Liebe Leute, das war der Comic, das zu der Pre-Story, was uns in Mechagon erwartet, ja, was ich auch sehr wichtig fand, denn auch im, im Lore Talk, hätte ich fast gesagt, aber in Time Hogan Talk, hattet ihr ja hin und wieder Fragen, wie, wo kommt das her, was macht das, deswegen schön, dass wir hier nochmal diesen Comic hatten, ja, als kleinen Einstieg, dass wir wissen, was uns da auch storymäßig erwartet, wobei die Einführung, auch wenn wir da landen werden in Kürze, ja, wird, denke ich, auch ihr, naja, nötiges tun, ja, um uns eben diese Diskrepanz im eigenen Volke zu zeigen hier, ja, die Differenzierungen, die da vor allem gedanklich anstehen. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick hier geben, wie gesagt, Comic zum selber lesen, auch nochmal verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall, und wir sehen und hören uns dann im nächsten Video, wenn ihr wollt, bis dahin, haut rein. Shows! Shows!